Und da sind wir auch schon wieder zu Let's Play Metal Gear Solid. Schön dass ihr wieder dabei seid. Weiter geht's. Wir haben die letzte Karte in der letzten Folge erhitzt. Die Feuerkarte und die benötigen wir heute um Metal Gear abzuschalten und das werden wir auch tun hoffentlich. Für die Welt, für den Frieden. Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ist glaube ich heute die letzte Folge. Die Folge wird heute selbstverständlich ein bisschen länger wegen Ende und so weiter. Aha. Wie bist du? Ich weiß mich nicht. Ich weiß nicht meinen Namen oder was meine Eltern sahen. Ich kaufe all meine identifizierung. Aber meine Grunde für die Genetik war wirklich. Weil du dich selbst willst, richtig? Das stimmt. Ich will wissen, woher ich bin. Meine Zeit, meine Reise, alles. Nein. Ich bin in Rhodesia in den 80er Jahren in der 80er Jahre alt. Eine schuldige kleine Orphan. Rhodesia? Was jetzt bekannt ist wie Zimbabwe? Ja. Rhodesia wurde von England bis 1965 genannt und viele Arbeitern in Indien. Das ist wahrscheinlich woher ich meine Hautfarbe habe, aber ich bin gar nicht sicher. Ich weiß nicht mehr über das. Naomi, du bist zu schuldig über die Vergangenheit. Ist nicht genug, um zu verstehen, wer du jetzt bist? Ich verstehe, wer ich jetzt bin? Warum muss ich denn? Niemand versucht mich zu verstehen. Ich war so lange allein, bis ich mit meinem großen Bruder zu treffen. Und ihn. Ihr großen Bruder? Ja. Frank Jaeger. Was? Was? Er war ein junger Soldat. Als er mich nahe, nahe der Zambesi-River. Ich war half-dead von starvation und er hat seine Ration mit mir. Ja. Frank Jaeger. Der Mann, den du verletzt hast, war mein Bruder und meine einzige Familie. Nein. Grey Fox? Wir überleben, dass wir zusammengebracht haben, Frank und ich. Er hat mich beschädigt. Er ist meine einzige Verbindung. Die einzige Verbindung, die ich mit meinem Vergangenheit habe. Und er hat dich zurückgebracht, in Amerika? Nein. Ich war in Mozambique, als er kam. Wer war er? Er hat mich zu einem großen Boss? Ja. Er hat uns in dieser Land der Freiheit gebracht. Diese Amerika. Und dann er und mein Bruder zurückgekommen in Afrika, um weiterzukommen. Und dann ist es passiert. Und dann ist es, dass du meine Benefaktor und mein Bruder zurückgebracht hast. Ich versuchte eine Revenung und verabschiede mich mit Foxhound. Ich wusste, dass es meine beste Chance für dich zu treffen, und ich versuchte für den Tag, dass ich würde. Also, waren deine Wurzeln? Ja. Ich habe zwei lange Jahre gedauert. Ich habe mir nur noches und verabschiedet, was ich da? Ich habe mich immer noches und verabschiedet. Ja. Ich habe zwei Jahre gedauert. Du bist immer noches Jahre gedauert. Du bist immer noches Jahre gedauert. Du bist immer noches Jahre lang. Du bist immer noches. Du bist immer noches? Was für Liquid und die anderen? Ich werde meine Revenung auf sie auch. Naomi, du hast auch einen Doktor, hast du? Der, der Greifox benutzt für seine Genome? Dr. Clark? Nein. Das war mein Bruder. Nachdem habe ich ihn verletzt und erholte ihn zu entfernen. Also, dieser Ninja... Ich meine, Greifox... Er ist hier gekommen, um mich zu töten? Ich glaube nicht. Ich glaube, er kam hier nur um dich zu kämpfen. Ich war nicht sicher, aber ich glaube, ich verstehe. Eine letzte Krieg mit dir. Das ist alles, er ist für sie. Ich bin sicher. Fox? Nein. Naomi, erzähl mir etwas. About Fox Die. Fox Die ist ein typ von Retrovirus, der nur die Menschen schützt und schützt. Er infectiert die Macrophage in der Verkunft. Die Menschen schützt und schützt. Fox Die hat ein Enzymes, durch die Protein-Engineering. Er ermöglicht, um zu reagieren, zu spezifischen genetischen Fähigkeiten in den Cellen. Die Enzymes erinnern den Dn. Genau. Sie reagieren, indem sie aktiv werden, indem sie die Macrophage zu entwickeln, als sie beginn, die TNF-Epsilon zu entwickeln. Huh? Es ist ein typ von Cytokin. Ein Peptide, der schützt die Cellen zu sterben. Der schützt die TNF-Epsilon, der schützt die TNF-Epsilon in den Cellen, wo sie die TNF-Receptoren in den Cellen. Und dann? Sie schützt eine Schütze? Die Cellen Cellen schützt ein Schock, und schützt eine extreme Apatose. Dann, die Verkunft stirbt. Apatose? Die Cellen schützt die TNF-Epsilon in den Cellen. Naomi. Was? Sie müssen auch das Problem haben, um mich zu töten zu töten, richtig? Ich habe noch Zeit? Naomi. Ich habe dich nicht für mich zu töten, aber ich kann noch nicht gehen. Ich habe noch ein Job zu machen. Was? Sieh, Snake. Ich bin nicht derjenige, der schützt die TNF-Epsilon in den Cellen. Huh? Sie sind nicht. Sie wurden mit der TNF-Epsilon in den Cellen, als Teil dieser Operation. Ich wollte nur das wissen. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Huh? Ich wollte dir sagen, was... Snake... Ich... Ich... Hey! Was machst du? Snake! Naomi! Snake! Ich kann nicht die Naomi machen keine mehr unabhängige Transmissions. Was? Naomi wurde von dieser Operation. Was ist mit Naomi? Was hat sie gesagt, als sie sagte, dass Fox Diei Teil dieser Operation war. Colonel, lass mich mit ihr sprechen. Ich will nicht. Sie ist unter Arrest. Colonel, du hast mich doppelt verletzt. Snake! Es gibt keine Zeit für das. Jetzt ist dein Job, zu stoppen Metal Gear. Okay, Snake? Gott, das wird ja immer kranker, ja? Ja, aber wir müssen jetzt erstmal die Bombe entschärfen. Das ist erstmal wichtiger. Aber... man wird hier nur verarscht. Das ist nur Mittel zum Zweck. Eine Marionette. Oh! Aber wenn ich das vorher gewusst hätte... ...hann ich sehr gut gebrauchen. Vielen Dank, Spür. Ah, immer noch. Warte mal. Ich hatte doch ein bisschen Energie verloren, oder? Oh, 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 oh. Fuck, der ist verburten. Das war jetzt richtig fehl. Echt, lass mich da schießen. Das war dumm, 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 dumm. Ach, heil dich doch nicht automatisch. Komm nicht so dollern, ja, oder? Guck mal, hier, da kleidst du ein bisschen mehr. Ja, trufst du mich nicht? Ja, das war jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Das machen wir jetzt nochmal ordentlich. Ich bin totaler Anfänger. Aber hat ja alles super geklappt. Mal gucken, ob die Karte noch rot ist. Ja, die Folge wird heute auf jeden Fall länger, weil ich das heute beende und die Filmsequenzen sind extrem lang, also macht euch auf anderthalb Stunden gefasst. Aber ich werde das Ende, an dem Ende da nicht rumschnüppeln. Also die Filmsequenzen gehen sehr lang und ja. Das ist halt halt einfach so. Ich glaube, das, ja, das ist dann halt so. Weiß nicht, ob ich mit drin nochmal schneiden kann oder das will. Aber ich werde das Ende da, ja, das ist dann halt so. So, die letzte Karte, Leute Detonation Code activated No, why? Ready for launch I deactivated it Thank you, Snake Now the Detonation Code is completed Nothing can stop Metal Gear now Master, what's going on? You found the key And even activated the Warhead for us too I really must express my gratitude Sorry to have involved you in that Silly Shape Memory Alloy business What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA Chief's Code Even with Mantis' psychic powers He couldn't read his mind Then Ocelot accidentally Killed him during the interrogation In other words We weren't able to launch the nuclear device And we were all getting a little worried Without the threat of a nuclear strike Our demands would never be met What do you mean? Without the detonation codes We had to find some other way That's when we decided You might prove useful, Snake What? First, I thought we might get the information from you, Snake So I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA Chief Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter Thanks to Fox Die You mean you had this plan from the beginning? Just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete Once the world glimpses the power of this weapon The White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine To me, their ace in the hole is useless now Ace in the hole? What the? The Pentagon's plan to use you was already successful In the torture room Snake, you're the only one who doesn't know Ah, poor fool Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know If you come where I am, that is Where are you? Very close by Snake, that's not Master Miller Campbell, you're too late Master Miller's body was just discovered at his home He's been dead for at least three days I didn't know because my codec link with Master was cut off But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base So who is it? Snake, you've been talking to... Me, dear brother Liquid, how the... You've served your purpose You may die now Ah F Edit Oh Can you get out now? If I get out here Uhh Äh... Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme Äh... Okay... Ja... Ja... Sterb ich gleich? Äh... Äh... Das Spiel sagt mir grad gar nix Was soll ich jetzt erstecke? Ich weiß nicht, was ich schon machen soll. Kann man nicht mal einen Checkpoint machen, ordentlich nicht. So, was mach ich jetzt? Was hab ich? Miss Dinger? Bringt mir nix. Eine Mine. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Das Spiel sagt mir das auch nicht. Computer, irgendwas. Ich weiß nicht, was. Keine Ahnung. C4 irgendwie. Nee. Ach man, das regt mich jetzt schon wieder auf. Das Spiel muss wieder auf einen Hinweis geben. Thermal, sehe ich da irgendwie was? Naja, da muss ich mich mal schlau machen, da muss ich mich mal schlau machen, da muss ich mich mal schlau machen. Ich drück mal kurz Pause, dann lass ich ihn nochmal verwecken. what? Wha.. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vox, warum? Was willst du von mir? Ich bin ein Brüder der Todes. Nur du kannst du mich befreien. Vox, bleib aus dem Fall. Was für Naomi? Sie ist hellbent auf dich zu retten. Naomi? Du bist nur diejenige, die zu retten. Nein, ich kann. Warum? Weil ich diejenige, die ihre Eltern hat. Ich war jung, und ich konnte mich nicht mehr bringen, um sie zu retten. Ich fühle mich so schlecht, dass ich sie mit mir entschieden habe. Ich habe sie als sie meine eigene Blut, um mich zu retten, um mich zu retten. Auch wenn sie mich als sie Brüder denken. Vox. From the outside, we might have seemed like a happy brother and sister, but every time I looked at her, I saw her parents' eyes staring back at me. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are. We're just about out of time. Here's a final quest from Deep Throat. I'll stop it from moving. Vox! In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxes, we use royal harriers. Vox! How strong is that exoskeleton of yours? Snake! Are you just going to sit by and watch him die? A cornet fox is more dangerous than a jackal. We're going to die. 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 Impressive! You are indeed worthy of the code name Fox, but now you're finished! Now! Fire this digger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! You're not good! 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 Der Ende. Die! Snake, wir sind nicht tools der Regierung, oder jemand anderes. Krieg war die einzige Sache, die einzige Sache, die ich gut bin. Aber, zumindest, ich immer für was ich glaubte. Speak. Farewell. Foolish man! Heeft. Heeft. And it found him. You see, You can't protect anyone. Not even yourself. Die! Alter. Okay. Was? Ich habe keine Heilung mehr? Wie soll ich das schaffen ohne Heilung? Ja, und schon bin ich tot. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch nochmal einen kleinen Cut. An der Stelle. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Press Start. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal.